Es gibt ein berühmtes Wort in der Schrift, das heißt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wenn wir ehrlich sind, leben wir von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Erahnen wir überhaupt, was das Gottes Wort in uns auslösen und bedeuten könnte? Wenn wir einüben, Verzicht zu üben, loszulassen von Dingen, an die wir festhalten, und das Wort Gottes in uns hineinlassen, beten, meditieren, sodass es lebendig wird, dann haben wir vielleicht ein Gespür dafür, was das bedeuten könnte, warum es die Fastenzeit gibt. Wir wollen an Ostern das lebendige Wort, den Auferstandenen, in uns auch lebendig werden lassen. Und dazu braucht es Übung und manchmal auch Verzicht.